Pew. 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 Haha. Pew. Hey, Dads. Ich bin Martin und herzlich willkommen zurück zu Mario Sterelder Superstar. Nachdem ich mich letztens vielleicht ein wenig aufgeregt habe, sind wir endlich wieder zurück. Wieser! Mafia! Heiser! So einfach ist es! Schlimm war es wirklich nicht. Wenn ich mich richtig auffrage, dann passiert so etwas... Ja? Also... Hahaha- Aber egal. Es muss ja weitergehen! Die Serie hört ja nicht auf, wegen so zwei Niederlagen. Ich habe mir noch überlegt, weil ich den Mehmedi einfach gelöscht habe und das eigentlich an einem Ragequid ziemlich gleich kommt, habe ich jetzt halt wieder bei Bronzé angefangen auf seiner Position und den Frontino zurück ins Team geholt. Jetzt spielen wir Spiele 9 und 10 und dann sind wir schon in der Hälfte der Serie. Also von dem aus sind wir jetzt ziemlich gleich vorwärtsgegangen. Oi 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 oi! Was zur Hölle? Alte! 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 Okay, das könnte ziemlich schwer werden. Perami. Bring eine Flanke. Oh Marco komm! Hohohoho! Chacanese verteilt die Bälle. Schön sogar. Aber dann einfach Marco ein falscher Pass. Komm raus ins Sommer! Ahhhh! Fuck! Ahhhh! Schlecht, 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 schlecht! Vor allem der Sommer reagiert ein bisschen zu langsam. Elgato! Lauf wer du auch immer bist! Holt den Ball, Inler! Ah! Oh! Ohohoho! Jawohl! Was ist das? Was ist das? Yes! Chacanese! Schau mal wie der Inler der noch rausbringt und der Chacan einfach zack! Einnähe! Guten Mann! Zweite Halbzeit! Uh oh! Retard Alert! Rodriguez du Vollkrüppel! Was machst du, Berami? Schau mal! Was machst du, Berami? Schau mal! Ah, den habe ich. Komm zum Sommer, du bist der König von der Benal. Schau! Hast du gesehen, wie er gemacht hat? Den halten wir jetzt. Er geht links. Er geht links. Ja, er geht links. Ah! Fuck! Den hätte ich können haben! Den hätte ich wirklich können haben! Lauf! Delgado, komm! Zeig einmal Druck! Zeig einmal, was du kannst! Lass dich faulen! Jaha! Genau so, Mann! Delgado, das ist richtig! Lichtsteiner! Ah, der lebt ja auch noch! Oh, Sommer! Was machst du? Oh, hohohoho! Fuck, Mann! So lange wenigstens, wenn ich mich anspringen bin. Hallo, was ist da los? Was macht ihr? So, jetzt brauchen wir einfach noch einen Goal. Am besten von Marco. Oh, ja! Spiel der Pass! Oh, hohoho! Jawohl, 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 jawohl! Perfekt! Marco, schöner Assist! Es muss wirklich nicht unbedingt ein Goal sein. Assist reicht auch. Schön rausgespielt! Oh, Gott, Jaka, Mann! Nicht schlecht, nicht schlecht! Oh, wunschön rausgespielt! Aber der Sommer macht's! Huia! Oh, hohohohohoho! Die ist gross! Die sind nicht normal! Oh, fuck! Bruh! Was?! Zwei Penalt in einem Spiel. Aber Sommer, jetzt haben wir! Komm! Komm Sommer! Komm Sommer! Komm Sommer! Ja, ich bleibe in der Mitte! Jawohl! Sommer! Zack, zack, zack! Fick dich, Mann! Fick dich! Was, das ist keine Offside? Marco! Ahhhh! Dann hast du Penalt in einem Spiel so absolut unnötig! Vollkommen unnötig! Mega schade, dass ich das am Schluss noch vergeben musste. Da musste ich mich echt an der eigenen Nase nehmen. Das ist kein Mal. Der Jacka hat zwei Gäste gemacht. Marco hat einen Assist gemacht. Wir haben zwar verloren, aber laut Regeln bedeutet das keine Abwärtung. Alte! Hey, was passiert eigentlich? Jetzt haben alle nur noch Team of the Season, Team of the Season. Konzentration ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Alte! Wirklich jetzt! Huia! Ohne Scheisse! Jan Sommer! Unglaublich! Und Rodriguez, kämpfen! Jaha! Ich glaube, bei diesem Typ muss ich mega auf so spezielle Spiel-Moves aufpassen. Pass, wo du nicht damit rechnest. So, Zeug! Wieso gehst du nach vorne? Jetzt müssen wir halt auch kreativ werden. Er hat Jacka gekämpft und gekämpft. Und Delgada macht nichts und macht nichts. Jacka wie die Schuss! Bam! Aber Schär, du kannst von der Witte schiessen. So ein unnötiges Goal. Aber ich schiessen auch nicht aufs Goal. Wir brauchen mehr Aggression. Ein bisschen mehr... Was Marco Strello verletzt? Du kannst dich doch nicht verletzen, Pippi! Was soll die Scheisse? So, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Lichtsteiner, du kannst schöne Bässe spielen. Oh! Was für ein Pass! Alte! Oh, Messi-Lichtsteiner. So jetzt, ein schneller Konter. Nicht den Ball verlieren, du Mongo-Kopf! Ja, gibt's denn das? Was? Seidweinen Defrontino-Dribble-Skills? Oh, fuck! Chaka! Ey, der Chaka ist genial! Mr. Chaka-Nase! Konzentriert euch doch einfach mal! Ja! Shut down! Ei, Delgado! Der Delgado! Der Delgado! Wichtig, wichtig, wichtig! Martin, ändere mal die Nummer von Marco! Verdammte Scheisse! Aber das ist ein Assist vom Strello. Diesmal schleiche ich mich mit so blöden Assists durch. Ja, das war nicht schlecht von dem Strello. Bäh, bäh, bäh! Das war ganz okay. Emilio. Oder wir spielen noch auf der Chaka. Oi, 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 Marco! Das wär's gewesen! Da musst du eben, da musst du die Beine ein bisschen in die Finger nehmen und ein bisschen schneller daherkommen. Oiiii! I'm a bird, mother... I'm a bird! Frontino, du sollst nicht Kameras abschiessen, die am Himmel hängen! Du sollst ein Goal machen! Ein Goal machen! Wir haben nur noch neun Minuten! Ja! Wieso mache ich das Goal nicht? Ich versuche Marco zu geben, dass ich Aufwertungen bekomme. Wie blöd muss eigentlich sein? Jetzt ein Comeback! Nein, 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 nein! Abraham! Abraham! Du bist so blöd! Was macht das? Er nimmt ihm den Ball weg, um ihn zu verlieren! Schau das mal an! Das kann doch nicht sein! Das zweite Spiel habe ich auch verloren. Aber wieder Marco ohne Assists. Aufwertung, Abwertung. Es gleicht sich wie beim anderen Spiel einfach aus. Es ist jetzt eigentlich überhaupt nichts passiert. Keine Aufwertung, keine Abwertung. Aber wisst ihr was wir machen? Auch wenn er einen Goal geschossen hat, der ganz okay ist. Ich will wieder den Guimento auf dem Feld haben. Ich weiss nicht warum, aber der hat mir einfach gefallen. Aber beim nächsten Mal, wenn wir wieder Aufwertungen haben. Wir müssen raufkommen. Erstens brauche ich ein komplettes Gold-Team. Zweitens will ich auch mal keine Ahnung. Mal so eine Inform-Schar oder irgendwas. Es braucht einfach, es muss ein wenig Pupp da rein kommen. Wir haben die Hälfte der regulären Spiele durch. Noch mal 10 Spiele und wir müssen im Turnier antreten. Und das sollten wir gewinnen, weil sonst gibt es einfach ein riesen Blamart. Von dem her hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zu lügen. Tschüss. Hei. Jetzt bin ich schon näher. Waaaah! 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 Ich bin dran, ich bin dran! Lauf, Charlotte! Lauf, 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 lauf! Lauf! Aaaaaah! Ah nein, ah nein. Jaaa nein! Aber vielleicht finden wir ihn noch.